Herzlich Willkommen zurück zu Doom mit seinem Kimmikatz. Meine Wünschkeit. So, wir brauchen die Karte. Muss ich die wegschießen? Ne, scheiße, ich muss die einsammeln. Gezzi. Ich kann nur noch nicht schlagen. Gezzi. Hmm Da ist er Ich kann schon mal sprechen mit dem blauen Typ in dieser karte gibt es zwei marine typen zu entdecken beide werden hier ein modell freischalten kann man angucken wie viel man aber solche teile sind halt überall auf den ganzen bett vorsteckt wir haben gerade erfahren dass irgendwie in jedem areal 2 sind die natürlich was freischalten ja 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 Achso, in der Mitte. So, den haben wir. Ich gucke gerade, ob noch andere da sind. Oh, gibt es den Sätzen hier noch richtig? Ja, danach gibt es kein Zurück mehr. Habe ich nun endlich Granaten oder habe ich gerade den Hof gesammelt? Ich habe es gerade nicht gesehen. Ich bin nicht so der Hautrauf-Typ. Ich bin nicht so der Hautrauf. Das ist jetzt schon? Was? Ich bin nicht so der Hautrauf. Was? Was? So, hier haben wir den, da gibt's. Und den gehen wir durch hier, meine Freunde. Späuch erreichst. Gibt's hier irgendwo, kann man irgendwas machen oder so, verrechten, tun. Hm, hier ist nichts. Anscheinend sind die grünen Küsten die Granaten oder? Wahrscheinlich. Und ja, ich weiß nicht, hätte er da lang gehen können. Abprallschutz. So, der nächste wieder. Und zack. Zurück. Zack. Ich denke, dass du zu mir kommst. Ich bin nett von dir. Das ist nicht das Problem, was ich gerade habe, ich hab keine Munitür mehr so durch. So, warte mal, warte mal. Ich glaube, da oben ist noch was. Kannst du in die Rennung so? Boah, fuck. Okay, so kannst du auch die Granaten werfen. Ja gut, ne? Ich hab wirklich unendlich Granaten. Das ist schon nice. Ah, Ausrüstung. Verbesser Kapazität. Bräuchte ich zwei. Kannst du dann wahrscheinlich zwei Granaten tragen oder? Verbesser deine. Okay. Dann weiß ich jetzt, dass sowas auch da ist. Achso, ich soll was verbessern. Ah. Ich will auch mal das verbessern. Ah, okay. Ah, okay. Hm. Okay, okay, okay. Wieder ne Granaten, Dings. Kann ich irgendwie hier rüber springen? Nice. Ey. Eee. Wo ist denn der Sack? Guck mal, Pansen. Wo ist denn der Kleiner? Hallo, Spins. Wo ist denn der Sack? Frisch halt. Hm, Saison öffnet dich. Okay, das wird zu nichts. Okay, da unten geht es auf jeden Fall nicht weiter raus. Ich habe meine Mütze etwas aufgeführt. Er hat alle Fälle oben langweilen müssen, wahrscheinlich. Ich denke, da geht es aber auch tief nach unten. Äh, nach tief nach unten. Okay, hier ist Munition. Merken. Ich glaube, da kommt jetzt ein Gegner wieder. Okay, hier waren die Gegner, die ich weggerotzt habe. Und tut mir da jetzt, dass ich mich alles angucke und dann einfach hier komplett, komplett durchrasse. Effusionsschuss, äh, Waffen-Mod. Feldtrollen, liefern Waffen-Mods, die du mit Waffen-Tasten aktivieren. Ah, okay. Zum Beispiel der Ene-Schuss. Also die Ene-Normale-Waffe hat ja auf Restklick, bei mir, ich spiele ja mit Maus und Kontrollen, äh, mit Tastatur. Mit Restklick hier hat diese komischen Aufladung. Und die Waffen-Mods sind quasi noch so ein Zweitschuss. Und ich könnte jetzt quasi bei meiner Waffe die upgraden, indem ich jetzt... Kann ich nicht upgraden, oder? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Aber, ich könnte... Kaufen. Gehe ich auf Explosionsschuss, oder gehe ich auf das andere? Auf die Salbe. Ich gehe mal auf Explosionsschuss. Kaufen. Danke. Das ist dein Ernst. Oh, das dauert eine Zeit, wie sie sucht geladen ist. Oh. Das war dein Kopf ab. Okay, das dauert, okay, das dauert eine gewisse Zeit, bis es wieder einsatzfähig ist, sage ich mal so. Okay, das habe ich natürlich jetzt eine... Was hatte ich jetzt eine Aufenthalter? Da bin ich ehrlich. Und ich hätte mir in Kanada echt besser waffen können. Aber okay. Man lernt halt nie aus. Okay, wir können anfangen. Okay, okay, okay. Und da liegt auch noch was Zeug. Kann ich einfach hoch? Das ist schon ein bisschen geil, dass man... Dass man schon ein bisschen überall hin kann. Das fetzt definitiv... Och. Hier ist ein Gang, ich kann mal hier rein. Schuss, ich sage, hier liegt ein Kopf. Hier muss doch irgendwas liegen. Kann ich nicht, wie alles gewesen sind. Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja blöd. Hier friss. der kommt her Das läuft gerade nicht so optimal gerade für mich aber ich habe das geheimnis gefunden waffen unterhalten nice danke es läuft trotzdem gerade nicht so das war doch eine alle das war doch nicht alle kann es mir erzählen das ist ja komisch aber okay so den den eliminiert zack ah da kam gesmoved ja da kam dann ist der wettstoff zu einem passablem shooter spieler mit den ganzen sprüngen hui hallo ich komme sogar extra für dich zu dir polverisiert bitch ja ich habe da gesehen dass da eine lücke ist aber nichts zu dritt guckt man doch trotzdem mal rein vielleicht schlägt da irgendwas außer munition jetzt ich höre da was ich höre da was ich habe da was ich helfe aber freut diese ungehobelter klotz rennt er nicht weg ich mit dir reden will frischheit ich sehe dich schon mein freund steht er noch dort? ne dort ist er wo runter? scheiße die sagen Waffen mangelt es uns nicht, wo ist wieder ein Schutz? hier liegt wieder Haufen Zeug rum, Granaten, Granaten wärs geil wenn ich mehr davon trocken könnte, das wär schlupf, zwertschmeiß, nächstes Kofen, jetzt willst wir Granaten so hinwerfen, so einfach, würde ich feiern, würde ich nice finden, ja gut, ich würd dafür sorgen, nächsten Part gehen wir dann weiter, erkunden wir weiter die Gegend, wir haben schon zwei Secret, also zwei solche kleinen Minifiguren gefunden, was ich mega nice find, ich hoffe ich finde noch das andere Zeug, weil die Landschaft sieht echt danach aus, als wäre hier das andere Secret Gelumbe, kurz drehen, kannst du so ausscrollen, ja, Elite Wachen, Feld Drohnen, ich bin dort unten, ich hab nen Gang verpasst, ich hab nen Gang verpasst, hinten, und hier habe ich auch was verpasst, seht ihr das, da wo es grau ist, ich war dort, aber ich bin da nicht weitergegangen, warum auch immer, das ist ne, da ist ne Elite Wache, hm, das ist ja blöd gerade, ich würde eigentlich alles mitnehmen, hier ist auch noch ein graues, aber da ist nichts, so wie es aussieht, und hier ist ja mein Ziel, wo ich hin muss, ich müsste da zurück, und da oben hin, das mach ich mal offline, geh ich mal dorthin, hey, ich müsste jetzt den ganzen Weg zurück, ähm, so, das müsst ihr euch ja da antun, zu Gott, die kleinen Figuren werden angezeichnet, hier, hier war ja der kleine Vorsprung, wo ich dann hingegangen bin, das ist ja geil, ich wissen, ob die jetzt eingezeichnet, nur eingezeichnet werden, wenn ich mir die hole, oder ob die auch so eingezeichnet werden, das hätte ich mal nachgucken müssen, auf der Karte, hm, das ist jetzt blöd, besonders hier, hier ist ja ne Elite Wache, ok, hier haben wir gerade, hier haben wir ja von uns die Drohne gerade gefunden, also begegnet, und hier wollen wir ja auch schon, Ziel prüfen, da muss ich definitiv nochmal zurückgehen, da kommt der Eck, genau, also würde der Rückweg relativ schnell gehen, gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein, Leute, macht irgendwas sinnvolles, das war Doom, mit Samkampiker zu meiner Meinung, in dem Sinne, wünsche euch noch einen schönen Tag, und macht irgendwas sinnvolles, und macht irgendwas sinnvolles, Lass uns wieder zurückgehen, Tja,